Herzlich willkommen zu einem neuen Videotestbericht der Haus- und Gartentest. Heute stellen wir Ihnen den iMars A3 PrimeClean Staubsaugerroboter vor. Großflächige Hindernisse wie Wände und Türen werden von optischen Sensoren berührungslos erkannt. Kleinere Hindernisse werden sachte berührt und dann geschickt umfahren. Der ursprünglich geplante Reinigungsweg wird nach dem Umfahren von Hindernissen mit hoher Genauigkeit wieder erreicht und dann fortgeführt. Im Spot-Modus lässt sich ein bestimmter Bereich des Raumes gezielt reinigen und der Roboter fährt in langsam größer werdenden konsentrischen Kreisen. Mit den optischen Sensoren an der Unterseite werden Treppenstufen blitzschnell erkannt und fortan wie Wände behandelt. Ein Herabstürzen wird somit wirkungsvoll verhindert. Sobald der Akku erschöpft ist, wird die handliche Ladestation selbstständig angefahren und der Ladevorgang beginnt. Das große Staubfach lässt sich leicht entnehmen und leeren. Zur Nutzung der Wischfunktion wird der Wassertank befüllt und anstelle des Staubfachs in den Roboter eingesetzt. Wenn man das Mikrofasertuch nicht anbringt, lässt sich gut erkennen, wie gut dosiert das Wasser aus dem Vorratsbehälter tröpfelt. Mit dem montierten Reinigungstuch dann wischt der Roboter Bahn für Bahn auch kleinste Staubartikel weg. Zum Lieferumfang gehören, außer der Staubsaugereinheit, ein großer Staubbehälter, eine praktische Wischeinheit, eine Ladestation mit Netzteil, eine handliche Fernbedienung, eine detaillierte Bedienungsanleitung, eine Reinigungsbürste sowie zwei Ersatzbürsten. Unser Testurteil? Endnote 1,3. Sehr gut! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ihre Haus- und Gartentests!